Moin, was geht EXO hier. Herzlich willkommen zum Grafikeinstellungsguide der Season 2. Ich habe meinen Fokus darauf gelegt, dass ich die beste Qualität mit den meisten FPS raushole. Das heißt, wenn ihr ein schönes Spiel haben wollt, aber auch zugleich die meisten FPS haben wollt, dann ist dieser Guide genau das richtige für euch. Ich würde sagen, wir starten direkt da, ist es natürlich klar. Vollbild, rahmenloses Fenster für weniger FPS. Wenn man mehr FPS haben möchte, dann muss man exklusives Vollbild spielen. Dann kann man aber leider nicht mehr vernünftig raus tappen. Dynamische Auflösung aus, Bildformat ist klar, V-Sync aus, falls ihr einen G-Sync Monitor habt oder ähnliches. Eigene Begrenzung habe ich bei mir 120, da mein Monitor maximal 120 FPS kann. Darunter habe ich mir eingestellt, außerhalb des Fokus 60 FPS und im Menü 60 FPS. Das reicht vollkommen aus. Das könnt ihr einstellen, wie ihr mögt. Am besten schaut ihr einmal nach, wie viel FPS bzw. wie viel Hertz euer Monitor hat. Bei der Helligkeit habe ich das Ganze ein bisschen heller. Da spiele ich eigentlich immer von 55 auch schon in Warzone 1. Damit komme ich am besten klar HDR aus. Bei der Qualität habe ich das Ganze bei einer Renderauflösung von 100 gelassen, damit das Bild wirklich schön scharf ist. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Dann habe ich hier einmal das Upscaling an FidelityFX CAS. Das ist eine Einstellung. Ihr habt die auch auf den Konsolen, zumindest auf der PlayStation 5 soweit, weiß ich das. Und das schärft das Bild nochmal ein bisschen nach. Das Ganze habe ich auf 70 gestellt. 70 ist vollkommen ausreichend. Anti-Aliasing habe ich auf SM-AA T2X. Also ruhig schon. Das Bessere habe ich genommen. Anti-Aliasing-Qualität habe ich auf Normal. Ist mehr als ausreichend. Grafikspeicher muss jeder für sich selbst wissen. Manche spielen 70, 60. Für mich persönlich reicht 80 komplett aus. Ich habe ja auch noch OBS nebenbei laufen. Deswegen ist das schon optimal. Gerne mal ein bisschen rumexperimentieren. Wenn ihr ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr einstellt habt ihr. Je nachdem. Ein bisschen mehr FPS. Das ist aber keine Ich sage mal, da gibt es keine Allzweck-Lösung für. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und prüfen. Weil jeder hat natürlich auch andere Komponenten im PC. Textur auf Lösung habe ich bei mir normal. Den Texturfilter habe ich bei mir auch auf Normal. Ich mache gerade mal die Cam aus. Dann seht das hier. Wenn man das nicht eingestellt hat, dann ist das Ganze hier so ein bisschen blurry. Ein bisschen verwaschen. Und hier ist es dann schön scharf und knackig. So möchte man das Ganze haben. Dann haben wir Detailstufe nah. Habe ich auf hoch. Detailstufe entfernt habe ich auch auf hoch. Bodendetailstufe habe ich kurz. Partikelqualität gering. Es interessiert mich wirklich gar nicht. Man sieht ja auch hier die Unterschiede sind wirklich minimal. Und ich persönlich kann damit viel viel besser spielen. Bei diesen ganzen Termitgranaten und was da nicht alles rumfliegt, ist das auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft, wenn das nicht alles so detailliert dargestellt ist. Dann haben wir Partikelqualitätsstufe auf sehr gering natürlich. Einschusslöcher und Sprays haben wir an. Dauerhafte Schadensmarkierungen aus. Shaderqualität natürlich auf gering. Tessalation. Hier sieht man nochmal einen Unterschied, was es bewirkt und es ist halt wirklich absolut zu vernachlässigen. Deswegen habe ich bei mir nur in der Nähe angemacht, weil was interessiert mich, wie der Boden in 50, 60 Metern aussieht. Da gucke ich eh nicht drauf. Deswegen kann man das ruhig so lassen. Geländespeicher, habe ich auf maximal Textur Streaming. Auf Abruf würde ich auf jeden Fall immer ausmachen. Das ist eine absolut beschissene Einstellung. Und dann nochmal hier zur Sicherheit Streamingqualität. Das geht mit dem hier Hand in Hand. Habe ich natürlich auch auf gering. Volumetrische Qualität habe ich bei mir auf gering. Es interessiert mich wirklich nicht in einem Multiplayer-Shooter-Pvp, wie da die Lichteinflüsse sind. Das ist zu 100% zu vernachlässigen. Qualität verzögert Physik habe ich natürlich aus. Ich möchte die Physik haben. Unter Wasserstrahlen habe ich auch aus. Kann man auf jeden Fall besser sehen. Shadow Map Auflösung habe ich auf sehr gering. Screenspace Schatten habe ich auf aus. Punkt Schatten Qualität gering. Punkt Schatten Cache gering. Partikelbeleuchtung genau wie eben auch auf gering. Umgebungsverdeckung habe ich komplett aus. Juckt mich auch nicht die Bohne. Screenspace Reflexionen habe ich aus. Statische Reflexions Qualität habe ich auf gering. Und die Wettereffekte natürlich auch aus. Bei Nvidia Reflex geringe Latenz. Beides einmal ausprobieren. Wenn man an plus boost macht, hat man weniger FPS. Wenn man das Ganze einmacht, hat man ein Stückchen mehr FPS. Ich persönlich kann euch aber nur empfehlen beides anzumachen. Ich persönlich finde es besser, weil dann ist das ja, das ist halt eine super geniale Einstellung, um halt nochmal die Latenzen zu senken. Hier haben wir nochmal Tiefenschärfe aus, Weltbewegungsunschärfe und Waffenbewegungsunschärfe. Beides aus. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele kriegen dadurch Kopfschmerzen. Bildrauschen auf 0,0. Und bei der Ansicht spiele ich momentan 115er FOV. Viele gehen noch ein bisschen weiter runter momentan, weil die Waffen eh sehr, sehr wenig Rückstoß haben. Manche spielen auch so auf 110. Ich meine so die Pro-Game einer CDL, falls ihr sehr, sehr viel Liga spielt. Ich glaube, die spielen so ungefähr mit einem Wert von 105. Ich bin momentan persönlich sehr, sehr zufrieden mit 115. Ich habe sonst auch immer 120 gespielt, aber 115 fühlt sich nochmal ein Stückchen besser an, finde ich, weil man da näher dran ist. Noch ein ganz kleines Stückchen. Man hat aber trotzdem noch den ganzen Raum im Blick. Dann haben wir hier natürlich beeinflusst. Waffensicht fällt natürlich auf breit. Externe Ansicht habe ich auch volle Kanne. Für Leute, die gerne Third-Person spielen, natürlich volle Kanne. Fahrzeug Sicht fällt auch auf breit. Und dann hier diese ganzen Bewegungen komplett auf minimal. Das ist sehr, sehr wichtig für weniger visuellen Rückstoß. Dann haben wir noch das Interface. Dann können wir hier einmal in die Farbanpassung reingehen. Da empfehle ich auch sehr, sehr vielen Spielern, vor allem auch Konsolenspielern oder Leute, die einen PC haben und jetzt nicht die Möglichkeit haben, durch das Grafikprogramm oder durch ihren Fernseher oder ihren Monitor das Ganze zu verstellen. Kann man hier nochmal ein bisschen die Farben besser machen. Ich zeige euch das hier einmal. Ohne Filter sieht das Ganze so aus. Ich mache mal kurz trotzdem nochmal die Cam weg. Ihr seht das, das ist mehr so ein bisschen dunkler. Und wenn ich jetzt meinen Filter 2 reinmache, dann ist das Ganze noch mal ein bisschen heller und ein bisschen schöner. Das Ganze kostet auch keine Performance. Das kann jeder von euch anmachen und ich persönlich bin da unfassbar zufrieden mit. Ganz wichtig, ihr habt da einmal die Interface Farbenintensität. Wenn wir die runterdrehen, seht ihr das ja. Wenn die jetzt auf Null ist, dann ist das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen transparenter. Und wenn wir das jetzt hier volle Kanne durchballern, dann können wir das auch viel besser sehen. Bei der Welt ist es natürlich klar, hier beim Haus, wenn ich das auf Null drehe, passiert gar nichts. Und jetzt habe ich dann wirklich den Effekt. Ich persönlich bin mit Filter 2 sehr, sehr zufrieden. Ihr habt dann natürlich noch die Möglichkeit, euren Ping etc. einzustellen. Ich habe momentan beispielsweise neutral auf einen Lila und damit fahre ich wirklich sehr, sehr gut. Könnt ihr auch gerne kopieren. Ihr könnt hier auch noch eigene Farben machen. Dann geht da hier drauf. Dann könnt ihr euch das alles einstellen, wie ihr mögt. Ich empfehle euch auf jeden Fall Farben zu nehmen, die man auf jeden Fall sieht. Ich glaube, standardgemäß ist das Ganze ein bisschen heller eingestellt, mehr so ins Orange beim Feind. Ich habe sonst auch immer Lila gespielt, aber mittlerweile habe ich auch auf Rot umgeswitcht. Sucht euch da auf jeden Fall eine schöne Farbe raus. Party Team Mitglied ist klar. Du kannst das auch nochmal ändern. Es ist wirklich unfassbar gut. Beim HOD spiele ich momentan 50-50. Das Ganze ist im Prinzip die Einstellungen, die Einstellung, wie weit die Minikarte und sonstige HOD Elemente vom Bildschirmrand entfernt ist. Damit kann man ein bisschen rumstellen und ich habe das beides jetzt so auf eine Mitte reingestellt, weil viele mir immer geschrieben haben, wenn es zu tief im Bildschirm ist, dann sieht das irgendwie komisch aus für die Leute beim Zusehen. Und jetzt habe ich das Ganze mal auf 50-50 gespielt. Normalerweise stelle ich das Ganze wirklich so ein, dass die Minikarte so weit wie möglich in den Bildschirm rein ist, weil ich damit besser spielen kann, weil die Augen da nicht so weit wandern müssen. Dann habe ich alles ein bisschen besser im Blick. Ja, das waren auf jeden Fall die besten Grafikeinstellungen. Hier nochmal kurz die Audio-Einstellungen, aber da kannst du eh gesagt, wie gesagt, einstellen, was du willst, weil Fußschritte hörst du immer noch beschissen. Ich habe jetzt hier beispielsweise einen Studio-Kopfhörer und habe da einfach Kopfhörer-Bassverstärkung drin. Ich persönlich, ich weiß nicht, also bei dem Call of Duty sind die Soundprobleme wirklich mega. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.